Rennen Sunshine Malaysia Kuala Lumpur Heimrennen komm ich will ein Podium Er schaffst du komm ich packen wir beide wenn man hier ein schickes Heimrennen für Petronas Ich hab noch 78% wie viel haben deine Ich hab 80 Ich will dann geh später Ja ich schlaß jetzt so einfach bock ich verfolge Okay So Und Na gut der volle sechste Mir auch egal Sechste ist zu Sechste ist zu spät Dann nehm 4 Oder 5 wäre auch schlecht Gut so zum Rennen Wollen wir mal Schnelles Setup stimmt so Zum Rennen Euch direkt sicher was im Start vergegen denn die Karre zerlege Alles ist bereit auf geht's Ja und ich starte bei dir in der Reihe ne In der Ungarn Ja und ich starte bei dir in der Reihe ne In der Ungarn Weil die sind schneller als ein Verrat als ein Mercedes Komm 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 Und Start gewonnen Und schon abgesetzt Ja komm Anweilung vorbei jawoll Jetzt an Alonso im Windschatten Komm 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 Ja Ja und drehm mich rum Toll Hamilton hat mich rum Du hast mich rum gedreht ne Ich hab auch eine Strafe Ich hab auch eine Strafe Auch geil Oh ne Toll Können wir Rennen neu starten Ne geht nicht ne Ne Toll Jetzt komm Jetzt zeigen wir mal was wir drauf haben Da ist meine Puppe Suchen dahin Dankeschön Ich sag jetzt nix Ich wusste dass irgendwas passiert weil ich schon so verdammt gut weg kam Ey da hat Platz da Mann Mach mal Platz hier Kovalein Ich steig kurz hier durch Ey Platz hab ich gesagt Platz da danke Komm Komm mach Platz Hu 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 Ne ich feil Mann Ja geh weg komm Zeit Ja Ich fahr Ich fahr Du kannst nicht Oh shit 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 Opa Oh raus Ja Und du hast grad einen abgeschossen Einen fast Indi hat's rausgeballert Und ich bin schon wieder rausgeflogen Okay ich hab jetzt meine zweite Durchstattstrafe Jetzt muss ich mal eine Naja ich setz jetzt mal eine Ich fahr in der nächsten Runde fahr ich mal rein Das ist ja nach der von Multiplayer man kann ich neu starten Ja Ja Aber ja shit happens und Teamkollegen schießen die auch gern mal ab Auch wenn der andere Teamkollegen Pro Position hatte Aber hey Du dringst drei Positionen hinter Mark Das hör ich nicht gerne du dringst drei Positionen hinter Mark Das ändern wir mal schnell Ich fahr jetzt auf jeden Fall in der Runde kurz durch die Durchstattstrafe ab und dann hab ich's Ja ich will auch Ne Naja wir können ja beide gleich weg geht ja Maldonado wenn ich meinen Spoiler nicht verlieren will dann gib bitte ein bisschen Gas Dankeschön Ich bin eben schon hinter den Reifen dran getecht Spoiler ist heilig liebend das Komm Arichaelum lass Platz machen Boah ich bin Platz 20 weil Maldonado einfach nicht Platz macht Das kostet mich gerade an Kisch dich da einfach komm ich stirb Maldonado du hast mich letztes Mal schon rumgedreht danke Maldonado Kom und einmal jetzt vorbeiziehen Hallo 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 K fuckin Ähh Katikaien Ey noch um die Strafe ja ja ich komm hier jetzt Meine Fresse weck mich nicht auf Ich würde jetzt einmal vorbeiziehen Ahhhh Hallo kreuzer wenn du jetzt ein scheiß muss ich jetzt hinten reinbrett in der boxen das nicht wahrnicht jung war einfach ganz normal wie jeder andere auch nein nein noch eine strafe danke ich habe die noch mal liegen gefahren und fährst voll außen jetzt habe ich noch einen der strecke ist frei ich gebe gleich strecke frei ist kein nummer reinkommen und noch mal danach nein aber ich brauche sich boxen stoppen ja ich gebe doch schon grad vollgas was willst du eigentlich von mir bastard ja danke dass wir jetzt mit wochen boxen können dass der ist ab und so für das wort aber das muss gerade sein haben sich seit ihr heute so einer an dem müssen wir es jetzt auslassen dass wir gerade alles vergeigt haben was wir gerade gut gemacht haben im qualifying wir sind noch nicht so eingespielt als team ich habe sie diesen verdammten da kannst du kurz mal nach außen ich bin gerade an den gegnern wieder dran ich will nicht immer ein ich suche mit am liebsten ja toll 1 von 30 was ist in der runde gar nichts kriegt die kurve nicht danke so und weil die box nicht so schön ist gucken wir uns heute dreimal an wo sind sogar zwei auch in der box das ist unsere chance ich bin in die wiese gekommen ich bin doch auch aber nein ich komme ich bin gerade dann lang weil die kurve so außen gefahren ist ich fahre die ganze eng immer und deswegen bin ich an den reingekommen komm mit 99 jawoll ich sehe dich oh hallo sutil oh die hat einen boxenstoff schon ok die kette ich mir jetzt und kettet an hallo sutil wirst du kuscheln kisch nicht da scheiße ich hab's quer gestellten ja ich weiß dass ich in dieser runde box ist doch ein paar Minuten schlag ja tschüss reifen fahr vorbei fahr vorbei fahr vorbei fahr einfach vorbei ich will hier keinen dreh du fährst aber auch eine linie die ist echt scheiße fahr BAM! Gib sie ihm! Ich will nur das Safety Carle raus haben! Ey, stimmt! Fuck Bitch, ich will auf die verdammte Idee gekommen! Oh, jetzt keine Scheiße, man! Uhuh! Komm her! Hallo! Strafe, ich hab ne Strafe bekommen! Noch eine! Ich fahr mal in die Box, ne? Dagegen können wir nichts machen! Bleib konzentriert und komm in als der nächsten drei... Komm! Schieb die Carle nicht über die Achse! Ähm, ich wurde grad disqualifiziert. Ja, was ist das? Weil ich meine Mutter gerade reinkam und ich wusste, ich konnte grad nicht fahren. Ich hatte eh noch ne Durchfahrsstrafe, ich hab grad noch eine bekommen, weil du da so ein Tier weggecrashed hab, bin ich ihm in die Seite reingefahren. Also, ich würd mal sagen, das war's, oder? Ich glaub, das war's, oder? Ich glaub, das war's, oder? Ich hab's nicht gewohnt. Ja, da bist du. Ja, da bist du. Dann hörst du mir. Bist du? Bist du gerade abgeflogen, oder was? Hallo? Was? Ja! ich habe Platten und kein Frontflügel mehr ich habe kaum Lenkung die Karre geht nicht kaputt die muss kaputt gehen nicht bei dem Tempo Klaus kurz beschleunigen Ufff und tschüss jo fortsetzen und was sagst du zu brennen nicht vorgestellt Jep, gut kein Komter äh, lief ja super ich wurde disqualifiziert weil ich ja kurz im Menü war und da wird man anscheinend rausgekickt naaa ja, das war's für heute ja, das war ein super 2. Rennen kann nur noch besser werden okay, vom Qualifying her bei mir nicht, aber vom Rennen ja, vom Rennen könnte es besser werden naja warte, die forschen wir uns kurz die forschen aufs nächste ach, geil war meine Schuld wegen der ersten Kurve sonst wäre das Rennen nicht so gelaufen ja, keine Ahnung, weil du so weit außen warst, hab ich gedacht ah ja, der kommt ich, kann ich ja innen bleiben ja, auf euer Tier kommt so angezogen oh, Shanghai ist das nächste uuuh, mag ich auch nicht naja, da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und äh, ich sag mal, bis zum nächsten Mal von Let's Play Together F1 2011 mit diesem nächsten Mal mit viel mehr Glück und äh, ja, bis dann sag du auch tschau ja, tschau Leute und das wird besser werden ja, tschau Gesang Polatisch ist das die